Rote Rosenstar Julia Damen Endlich ein Babyfoto. Sie zeigt uns Tochter Angelina. Rote Rosenstar Julia Damen ist zum vierten Mal Mutter geworden. Nun zeigt sie der Welt stolz ihr kleines Mädchen. Für Rote Rosen-Darstellerin Julia Damen, 42, und ihrem Ehemann Carlo Fiorito, 44, geschehen noch Wunder. Nach der Geburt ihrer Söhne Joshua, 19, Mikosch, 15, und Emilio, 11, wurde Julia noch einmal unverhofft schwanger. Das Paar durfte sich dieses Mal über eine süße Tochter freuen, die am 15. Juni das Licht der Welt erblickte. Wie stolz Julia und Carlo über ihre kleine Angelina sind, verraten sie in der neuesten Ausgabe von Bunte, erscheint am 1. Oktober, goldige Familienfotos inklusive. Rote Rosenstar Julia Damen teilt süßes Foto auf Instagram. Die frohe Botschaft über ihren jüngsten Sprössling verkündete die Schauspielerin mit einem bezaubernden Schnappschuss auf Instagram. Das Bild zeigt die Hände der glücklichen Eltern sowie die kleine, zarte Hand von Baby Angelina. Es war bis dato das einzige Foto gewesen, das die vierfache Mutter mit ihren Fans geteilt hat. Wie gut, dass es endlich Nachschub gibt. Und dieses Mal bekommen wir Julias Tochter sogar in voller Pracht zu sehen. her Untertitelung des ZDF, 2020